Die ehemalige Stadt Badenstein ist seit dem 1. Januar 1973 ein Teil urt der Stadt Schrossberg im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Zur 164 Hektar großen Gemarkung Badenstein gehören noch der Weiler Klopthof und das Gehöftwängershof. Insgesamt hat Badenstein 384 Einwohner. Badenstein ist womöglich die kleinste unter den planmäßig angelegten Residenzstädten der Barockzeit. Trotz Veränderung mancher Bürgerhäuser ist das Ensemble aus Schloss und Staatsanlage insgesamt sehr gut erhalten. Der barocke Gesamteindruck des Ortes blieb unverändert. Deshalb wurde der historische Bereich unter Gesamtanlagenschutz gestellt. Das Foto der Südseite zeigt die weitgehend originale barocke Häuserfront, links beginnend mit dem Schloss. Daran nach Osten anschließend die Häuser der höchsten Hofbeamten. Darüber sind die Bäume des Hofgartens zu erkennen. Geschichte Der Name des Ortes geht auf die 1234 urkundlich erwähnten Ritter von Badenstein zurück, die hier ihren Herrschaftssitz hatten. Ihr Wappen waren drei nach links gerichtete Wurfbeile. Das nebenstehende Wappen, das in blau auf schwebendem goldenem Dreiberg zwei aufrechte, abgekehrte, silberne Baten zeigt, wurde ab etwa 1880 bis zur Eingemeindung von der Stadt Badenstein geführt, ist aber ein geschichtlicher Irrtum. Da es auf das erloschene niederadlige Geschlecht von Badenstein zurückgeht. In der Zeit von 1302 bis 1334 erhielten die Ritter von Badenstein mehrere umliegende Ortschaften vom Bischof von Würzburg als Lehn. Unter anderem auch die Gerichtsbarkeit von Rittbach. Somit ist der Zent Badenstein mit der dazugehörigen Zentgerichtsbarkeit wohl in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden. Nach dem Aussterben der Ritter von Badenstein um 1350 ging das Schloss in den Besitz derer von Seldenegg über. Ab 1419 wurden Teile des Besitzes an von Rosenberg zu Röttingen verkauft, sie nannten sich dann Rosenberg zu Badenstein. Sie hielten den Besitz bis ca. 1440. In der Zeit von 1442 bis 1445 hatten die Horneck von Hornberg Anteile am Schloss Badenstein. Badenstein war von 1419 bis etwa 1455 Gannerbenburg. Ab 1440 kauften die Grafen von Hohenlohe nach und nach die Anteile von Rosenberg, Seldenegg und Hornberg auf. Um 1455 war Schloss und Amt Badenstein im alleinigen Besitz von Graf Albrecht von Hohenlohe. 1688 wurde das Schloss die Residenz der Grafen von Hohenlohe Badenstein. Zu dieser Zeit bestand der Ort nur aus vier Gebäuden, einer alten Schafscheuer, einer neuen Schafscheuer, einem Jägerhaus, später Gasthaus zum grünen Baum und einer Zinsscheuer. Dieser Weiler befand sich etwa ein Kilometer ostwärts des Schlosses. Badenstein ist im Gegensatz zu den übrigen Hohenlohe Residenzen nicht gewachsen, sondern eine barocke Stadtanlage, die auf dem Reißbrett geplant und in der Zeit von 1720 bis 1770 errichtet wurde. Die Gebäude mussten für die Unterbringung der Untertanen errichtet werden, die für den Umbau des Schlosses, die Verwaltung von Grafschaft und Oberamt und die Versorgung des Hofstaates erforderlich waren. Die Erhebung in den Reichsfürstenstand führte zur Vergrößerung des Hofstaates. Er umfasste vom Hofmarschall über den Hof Musikus bis zum Küchenjungen etwa 100 Bedienstete. Für den Ausbau und die Versorgung von Stadt und Schloss wurden tüchtige katholische Handwerker, Beamte und Kaufleute entsprechend ihrer Bedeutung für den Hof angesiedelt. Je höher ihre Stellung, umso näher wohnten sie am Schloss. Die höchsten Hofbeamten wie Hofmarschall, Mundschank, Tafeldecker und Leipatzt wohnten am Schlossplatz. In den sich nach Osten anschließenden stattlichen Gebäuden wohnten Regierungsräte und Hofräte. Daran schlossen sich Handwerker, an die ein sogenanntes Hofprivileg besaßen. Dazu gehörten Hofknopfmacher, Hofstrumpfstricker, Hofperückenmacher, Hofbildhauer, Hofseiler etc. Insgesamt über 40 Handwerker mit dieser Privilegierung. Stadthauswärts, jenseits der Stadttore, wurden Handwerker angesiedelt. Die wegen ihrer Geruchsbelästigung oder wegen Lärm und Feuer vom Schloss ferngehalten werden sollten, wie Schmiede, Gerber, Zickler und Hafner. Diese Berufsgruppe wohnte vor allem in einfachen einstückigen Häuslein vom Riedbacht und nach Osten. In den Anfängen der Residenz wurden hier auch zum Schutz der Stadtssoldaten einquartiert. Auf dem Panoramabild sieht man sehr schön die Ausrichtung der Stadtsanlage auf das Schloss. Unter Fürst Ludwig Leopold, der hier mit seinem Hofstaat residierte, blühte die junge Stadt auf und brachte den Bewohnern bescheidenen Wohlstand. Der berühmte Fürstbischöflich-Fulteische Hofbaumeister Andrea Galasini beendete in Badenstein mit dem Plan für die barocken Gesamtanlage sein. Bedeutendes Lebenswerk Nach seinem Tod 1766 wurden die abschließenden Bauarbeiten wie Bau der drei Stadttore, Fertigstellung des Schlossplatzes und diverse Baumaßnahmen im Hofgarten von seinen Nachfolgern, Hofbaumeister Wölfling und Hofbaumeister Ernst, überwacht und zu Ende gebracht. Nahezu alle Gebäude, die in Badenstein bis 1770 80. errichtet wurden, wurden zunächst von der Hofkammer bezahlt und anschließend für Pauschalpreise an die vorgesehenen Nutzer verkauft. Die Preise bewegten sich zwischen 200 Gulden und 1000 Gulden, je nach Anteilsgröße. Der Hofmarschall verdiente damals 300 Gulden. Im Jahr 1792 wurde hier das Jägerregiment Hohenohe-Batenstein aufgestellt. Zusammen mit dem Fusilierregiment Hohenohe-Schillingsfürst bildeten sie später das Regiment Hohenohe, das 1831 in der französischen Fremdenlegion aufging. Zum Fürstentum Hohenohe-Batenstein zählten um 1800 folgende Ämter. Badenstein, Herrenzimmern, Schnelldorf, Sindringen, Pferdelbach, Meinhardt. Dazu kamen Besitzungen in Oberbrunn im Elsass. Bis 1960 befand sich Schloss Pferdelbach noch im Besitz der Fürsten zu Hohenohe-Batenstein. Aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 wurden die Fürsten von Hohenohe-Batenstein für die Wegnahme der Besitzungen im Elsass durch. Fürstbischöflich-würzburgische Besitzungen in der Nähe von Batenstein entschädigt. Ab 1800 führten Aufgabe der Hofhaltung Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Württemberg. Kriegswirren und Hungersnöte zu einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Häuser der ehemaligen Hofbeamten wurden von Handwerkern übernommen. Einige wanderten nach Amerika oder England aus. Durch den Fleiß der Bewohner entwickelte sich die kleine Stadt später zu einem regionalen Zentrum mit zahlreichen Geschäften, Handwerksbetrieben, Schulen, Gaststätten, Altenheim und einem Krankenhaus. Noch bis etwa 1960 war in nahezu jedem Haus ein Handwerks- oder Gewerbebetrieb ansässig. Am 1. Januar 1973 wurde Batenstein im Rahmen der Gemeindereform Teilort von Schrossberg. Grafen und Fürsten zu Hohenohe-Batenstein von 1688 bis 1806. Hohenohe-Batenstein entstand 1688 aus einer waldemburgischen Landesteilung als Grafschaft mit allen Rechten und Pflichten. Das eigenständige Territorium wurde 1806 in das Königreich Württemberg eingegliedert. Die Regierungsgewalt des Fürsten und das Oberamt Batenstein aufgelöst. Die noch verbliebenen Hofräte und Hofbediensteten mussten dem König von Württemberg den Treue Eid leisten. Die nachfolgenden Fürsten waren ab diesem Zeitpunkt Standesherren. Regierungsabfolge und Zeiten Graf Philipp Karl zu Hohenohe-Batenstein 1688 bis 1729. Fürst Karl Philipp Franz zu Hohenohe-Batenstein 1729 bis 1763. Fürst Ludwig Karl Franz Leopold zu Hohenohe-Waldenburg-Batenstein 1763 bis 1798. Fürst Ludwig Aloysius Fürst von Hohenohe-Waldenburg-Batenstein 1798 bis 1806. Oberamt und Stadt 1688 ging das Haus Hohenohe-Batenstein als selbstständiger Teil des Gesamthauses Hohenohe aus einer Erbteilung der Grafschaft Hohenohe-Waldenburg hervor. Zur Grafschaft, dem späteren Fürstentum, gehörten mehrere Oberämter, neben Batenstein Z. B. Vädelbach und Oberbrunn im Elsass. Sitz der fürstlichen Zentralbehörden war Batenstein. Noch im Jahr 1786 wurde eine Hinrichtung unmittelbar an der heutigen B290 vollstreckt. Das Oberamt Batenstein mit den Ämtern Batenstein, Gröningen, Schnelldorf und Meinhard hatte seinen Sitz in der Residenzstadt Batenstein. Das Amtshaus des Oberamtmanns lag zwischen Gasthaus zum Löwen und dem Wohnhaus von Hofbaudirektor Galasini. Einer der Oberamtmänner wurde 1765 von zwei Hohenohe-Batensteinischen Offizieren verprügelt. Sie wohnten gegenüber im langen Bau. Beide wurden zu empfindlichen Strafen verurteilt. Um 1760 wurde in Batenstein der erste Stadtschultheiß ernannt. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Residenzort die Stadtrechte. Der erste namentlich bekannte Schultes war der Hofbäcker. Er hatte seinen Amtssitz wohl noch in der Hofbäckerei nahe beim Gasthaus zum Löwen. Das Stadtschultheißenamt, später Rathaus, war in den folgenden 200 Jahren zentral im Ort in verschiedenen Gebäuden um den Marktplatz untergebracht. Ab 1806 nach der Übernahme der hohen loischen Besitzungen durch das Königreich Württemberg blieben die Stadtrechte erhalten. Die Oberamtfunktion samt Gerichtsbarkeit ging verloren. Das Amt Batenstein wurde aufgeteilt und weitgehend dem Amt Gerabron zugeordnet. Bedingt durch die zahlreichen gewerbetreibenden Läden, Handwerkerschaft, Ärzteschaft, Krankenhaus und Schulen hatte die Stadt für das unmittelbare Umland weiterhin eine zentrale wirtschaftliche Bedeutung. Barocke Stadtanlage Batenstein ist eine von wenigen erhaltenen rein barocken Kleinresidenzen in Deutschland. Die Stadtanlage mit ihren schlichten Barockhäusern ist auf das Schloss ausgerichtet. Im historischen Stadtkern von Batenstein, der als Gesamtanlage unter Denkmalschutz steht, sind zahlreiche Häuser aus dem 18. Jahrhundert, auch zwei Stadttore als Symbole der barocken Stadtanlage, noch erhalten. Am Schlossplatz stehen stattliche Gebäude, die mit dem Schloss eine Einheit bilden. Dort wohnten die höchsten Hofbeamten wie Hofmarschall und Munchenk. Die vom Schloss aus in ostwärtige Richtung verlaufende Schlossstraße ist auf einer Seite vom Hofgarten begrenzt. Gegenüber stehen die stattlichen Hofbeamtenhäuser, die von Galassini im Stil des schlichten klassischen französischen Barock erbaut wurden. Nach etwa 300 Meter knickt die Schlossstraße leicht ab. Und das Hofbaumeisterhaus schließt den Blick vom Schloss aus in die Schlossstraße nach Osten hin ab. Der innere Stadtkern wird noch von zwei erhaltenen Stadttoren begrenzt. Jenseits schließen sich einfachere heute noch z.T. einstückige Handwerkerhäuser an. Batenstein präsentierte sich heute noch als steingewordenes Abbild des barocken Hofstaates einer hohenloischen Kleinresidenz und als liebenswertes Städtchen mit idyllischen Winkeln. Hier ließ sich der Schriftsteller und Büchner-Preisträger Hermann Lenz bei seinen Besuchen inspirieren. Ein eigens angelegter historischer Rundweg mit 30 Haustafeln erinnert an die glanzvolle Epoche des Residenzstädtchens und längst vergessene Schicksale der Bewohner. Der Weg verläuft vom Ortseingang die Schlossstraße entlang durch Riedbach und Gütbachtor, vorbei am Hofgarten, über den Schlossplatz bis in die Weltlesgasse. Der nebenstehende Plan des denkmalgeschützten Ortsteils veranschaulicht die Lage der gekennzeichneten Häuser. Es gibt Beispiele Badensteiner Haustafeln. Ein Naturlehrpfad schließt sich südlich des Schlossplatzes an der Schlossstaffel an. Stadttore Badenstein hatte ursprünglich drei Stadttore. Sie wurden von Hofbaudirektor Galasini als repräsentativer Bestandteil der barocken Residenz geplant und vom Hofmaurermeister 1767 erbaut. Die Tore grenzten den inneren Stadtbezirk von der Vorstadt ab, hatten keinen Festungskarakter und waren bewohnt. In den Rechnungen des Hofmaurermeisters war jedes nach der nächsten größeren Stadt benannt, zu der die überbaute Straße führte. Das Rotenbürger-Tor an der Straße nach Rotenburg-Hoppe der Tauber nennt man heute Riedbach-Tor. In ihm war die Arrestzelle untergebracht, im Nebenraum wohnte der Amtsdiener. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts wurden hier Arrestanten eingekäckert. Das Rote-Tor, auch Klophof-Tor genannt, führte zum Klophof, einem einen Kilometer entfernten Weiler. Es war das prächtigste Tor und wurde am Ende des Zwei-Weltkrieges zerstört. Auf dem Schlussstein über dem Torbogen stand in lateinischer Schrift, Ludovikus Fürst in Badenstein erbaute mich. Das Städtener Tor an der Allee nach Niederstetten heißt heute Gütbach-Tor. Um auswärtiges Subjecto nach der Polizeistunde von der Innenstadt fernzuhalten, wurden die Tore abends geschlossen. Reisende, die in die Residenz wollten, mussten dann in den Gasthäusern vor den Toren übernachten. Das waren Z.B., das Wirtshaus zum Kaiser gegenüber dem Friedhof oder das Gasthaus Lamm am Gütbach-Tor. Mit der Fertigstellung der Tore war die barocke Umbauphase von Schloss und Staatsanlage weitgehend abgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt war nur die Innenstadt mit mittiger Ablaufrinne gepflastert. Danach wurde die Schlossstraße in der Vorstadt gepflastert. Einige Jahre später wurde das Wachtgebäude in der Schlossstraße abgerissen, an seiner Stelle errichtete man das Oberamtshaus. Die Herren von Badenstein hatten auf der Burg im 13. Jahrhundert ihr Herrschaftszentrum. Nach verschiedenen Besitzerwechseln wurde die Burg Mitte des 15. Jahrhundertsitz eines hohenlohischen Amtssitzes. Während des Bauernkrieges und im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg zerstört. Auf einem Bergsporn über der Erte wurden ab 1710 die baufälligen Gebäude zum Schloss für die Grafen von Hohenlohe-Bartenstein umgebaut. Eine der ersten bedeutenden Baumaßnahmen von Graf Philipp Karl zu Hohenlohe-Bartenstein war die Errichtung der katholischen Hofkirche ab 1712. Sein Sohn, Karl Philipp Franz zu Hohenlohe-Bartenstein, Reichskammerrichter in Wetzlar, verpflichtete 1760 den 80-jährigen Fürstbischöflich-Fuldarschen-Hofbaumeister Galasini als Baudirektor nach Badenstein. Beim barocken Umbau integrierte Galasini gekonnt ältere Bauelemente und schuf bis 1765 eine eindrucksvolle Dreiflügelanlage. Heute zählt das Bauwerk zu den Paradebeispielen hohenlohischer Barockresidenzen. Der vierstöckige Mittelbau überragt in seiner stärker gegliederten Ausgestaltung die schlichteren Schlossflügel. Das geschnitzte Allianzwappen von Hohenlohe-Limburg über dem Mittelrisalit trug frühe Wappenfarben. Es stammt von Fürst Ludwig Karl Franz Leopold zu Hohenlohe-Bartenstein und seiner Gattin Friederike Poulina von Limburg-Stirum. Vom Eingangsbereich aus schwingt sich eine symmetrisch angeordnete doppelläufige Treppenkonstruktion elegant über zwei Stockwerke zu den Repräsentationsräumen. Im ehemaligen Marstall des Südflügels standen während der Glanzzeit fürstlicher Hofhaltung bis zu 80 Pferde. Die langen Gänge darüber sind mit eindrucksvollen Ahnengalerien ausgestattet. Gegenüber im Nordflügel ist die Hofbibliothek untergebracht. Sie verbindet den Hauptbau mit der Schlosskirche. Einst teilte ein gewaltiges Schmiedeeisernes Gitterwerk den inneren und äußeren Schlosshof. Dort standen Soldatenwache. Nach französischem Vorbild im Sinne eines Place Royal bilden Schloss und Schlossplatz eine Einheit. Die westliche Schlossstraße wurde nach Plänen von Galassini zwischen 1762 und 1767 ab dem Hofbaumeisterhaus linear zum Schloss hingeführt und endet. Am Schlossplatz. Auf diese Weise erhielt das barocke Schlossareal eine zusätzliche optische Erweiterung. Auf der Skizze der Batensteiner Haustafeln ist diese Anordnung gut erkennbar. Das Schloss ist bewohnt und noch im Besitz der Familie Hohenlohe-Batenstein. Schloss und Schlosshof sind nicht zu besichtigen. Die Schlosskirche St. Philippus wurde im Auftrag des ersten Grafen von Hohenlohe-Batenstein Philipp Kall erbaut und 1716 geweiht. Mit der Vollendung des mächtigen Kirchturmes war 1728 der Kirchenbau abgeschlossen. Als Sinnbild der katholischen Konfession repräsentiert das Gotteshaus seither den katholischen Glauben inmitten eines protestantischen Umfelds. Der verantwortliche Baumeister Bernhard Schießer war ein Schüler Georg Dienzenhofersch und wirkte zuvor am barocken Umbau von Kloster Schöntal. Die Außenansicht der Kirche hebt sich durch Rundbogenfenster und Liesenengliederung von der Fassade des Schlosses ab. Die harmonische Saalkirche wirkt nach 300 Jahren als stilles barockes Gesamtkunstwerk. Den Hochaltar und die gewaltige Fürstenloge mit Orgelprospekt fertigte Schreinermeister Matthias Deichelmann aus Kitzingen. In seinen Einbauten wiederholen sich architektonische Stilelemente wie Kreissegmente, Säulen und Schnitzwerke in Nussbaumholz und verstärken so den Eindruck von stilistischer Einheit. Meisterlich bänd er Hauptseitenaltäre, Beichtstühle und Kanzel in sein Gesamtwerk ein. Der Würzburger Orgelbauer Karl Hilton Brandt konstruierte die Orgel mit zehn Registern. Sie wird heute noch bespielt. Die Inschrift der Orgel Sophia Mifizit weist auf die Stifterrenfürstin Sophia hin. Aufmerksame Betrachter erkennen an den Orgelpfeifen aufgemalte Gesichter. Stuckarbeiten gehen auf Daniel Schenk zurück, der zuvor auf Schloss Pommersfelden tätig war. Pilaster mit korinthischem Kapitel, mit Bandelwerk verbunden, strecken die Höhe des Kirchenraumes. Die Decken fresken Schufla Zaro Maria Sanguinetti. Sie stellen die heilige Dreieinigkeit dar. Maria, Propheten und weitere Bibelgestalten bilden einen sogenannten heiligen Himmel. Türkenamme als Wandleuchter erinnern an die erfolgreich beendeten Türkenkriege der damaligen Zeit. Schlichte Kreuzwegstationen schmücken die Wände. Die Holzstatuen gehen wohl auf den Hofbildhauer Philipp Hochstein zurück. Originale Kirchenbänke mit geschnitzten Rokalien runden den harmonischen Gesamteindruck ab. Seit der Fertigstellung wurde nichts mehr verändert. Die Schlosskirche ist nur zu den Gottesdiensten geöffnet. Sie kann in einem virtuellen Rundgang besichtigt werden. Zur Zeit der Hochblüte der Residenz verfügte Badenstein über zwei Garten- und Parkanlagen. In unmittelbarer Schlossnähe ist der Hofgarten angelegt und zwischen Badenstein und Riedbach befand sich der Lustpark. Der Hofgarten liegt zwischen Klopfhofstraße, Schlossstraße und Käppelesgasse 49.3579,88. Der Hofgarten wird bereits 1686 in Dokumenten erwähnt. Denn der ursprüngliche Sommergarten des Schlosses sollte in eine Gartenanlage umgewandelt werden. In der Nord-Süd-Ausrichtung hat er eine ursprüngliche Ausdehnung von etwa 350 mal 200 Meter. Im Verlauf des weiteren Ausbaus der neu angelegten westlichen Schlossstraße wurde er um 1760 im Süden verkürzt und mit einer Stützmauer und Terrassen versehen. Zur Barockzeit war der Garten mit zahlreichen Einbauten und Skulpturen ausgestattet, die Wege mit Rabatten und Bosketten gesäumt. Von den ehemaligen Gebäuden sind nur der Pavillon und die Orangerie erhalten. Den Pavillon, die sogenannte Pagot, ließ Fürst Ludwig Leopold als das mittleres von drei Lusthäusern errichten. Sie diente der Hofgesellschaft für Feste in intimer Runde. Dahinter im englischen Garten befand sich ein kleiner ovaler See, der heute zugeschüttet ist. Die Orangerie an der Westseite wurde 1914 anstelle des barocken Vorgängerbaus von 1768 errichtet. Im Park befand sich außer unterschiedlichen Architekturstücken auch eine Kegelbahn mit schiefergedecktem Kegelhäuschen. Das Theatergebäude, in alten Dokumenten Komödienhaus genannt, wurde nach Auflösung der Hofhaltung nicht mehr genutzt und 20 Jahre nach den letzten glanzvollen Darbietungen im Jahr 1817 auf Abbruch versteigert. Der Hofgarten war Schauplatz zahlreicher Feste und Theatervorstellungen, unter anderem auch im Winter 1796 die Zauberflöte von Mozart. Am Fürstenhof waren namhafte Hofkapellmeister angestellt. Bekannt sind Ignaz von Beke, um 1785 Franz Christoph Neubauer. In der Zeit von 1786 bis 1798 stand mit Johann Evangelist Brandl ein weiterer renommierter Hofkapellmeister der damaligen Zeit in Baden-Steiner. Diensten. Anschließend wechselte Johann Evangelist Brandl als Hofmusikdirektor nach Bruchsal an den Hof des Fürstbischofs von August von Limburg-Stirum. Bemerkenswert am qualitätvollen Badensteiner Musikleben war, dass die Veranstaltungen neben Berufsmusikern von Mitgliedern des Fürstenhauses, von Hofangestellten und von Bürgern der Residenz verstärkt wurden. Der Hofgarten ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Lustgarten zwischen Badenstein und Rittbach bei der alten Kaiserstraße. Heute B290,49 befand sich der Lustpark mit Tiergarten und einem Jagdschlösslein. Bereits 1420 wurde im Glückbuch der Seldeneck das Jungholz als Wäldchen aufgeführt. Im 18. Jahrhundert wurde eine zusammenhängende Anlage aus neu eingerichtetem Tiergarten und Jagd- und Lustpark geschaffen. Eine Zugbrücke versperrte den Zugang zum Jungholz. Dort lagen zwei Seelein mit Inseln in der Mitte. Auf der nördlichen Insel befand sich ein Pavillon mit Kegelbahn. Er wurde 1832 abgerissen. Auf der südlichen Insel stand ein runder Holzpavillon, von dem sternförmig Wege und Schneisen abzweigten. Sie dienten als Jagdschneisen. Einige dieser Wege sind heute noch zu erkennen. Gegenüber vom Jungholz befindet sich das Gewann Schlössleinsfeld. Im Jahr 1756 ließ Fürst Karl Philipp hier einen trapezförmigen Seegraben und das gesamte Areal einzäunen. Etwas später entstand oberhalb des Seeleins ein Lustschlösslein mit Schaukeln und verschiedenen Spielgeräten. Im umzäunten Bereich wurden Hirschrudel gehalten. Das Schlösslein und die Pavillons wurde um 1835 abgebrochen. Bis auf die Inseln, die beiden Jagdhügel im Tiergarten und den verlandeten Tiergartensee sind heute von der gesamten Anlage nur noch wenige Hinweise auf eine landschaftsgärtnerische Gestaltung zu erahnen. Persönlichkeiten Ignaz von Beke war ein deutscher Komponist und Pianist. Johann Evangelist Brandl, 1784 Hofkapellmeister am Hof des Fürsten zu Hohenlohe-Bartenstein. Andrea Galassini, Hofbaumeister und Baudirektor in Bartenstein, Architekt von Schloss und Staatsanlage von Bartenstein in der heutigen Form. Hans Hetzel, Mitglied des Reichstages Josef Christian Franz zu Hohenlohe-Bartenstein war der letzte Fürstbischof von Breslau. Fürst Ludwig Alois zu Hohenlohe-Bartenstein, Marschall und Per von Frankreich Jakob Hüffner, Uhrmacher und Leiter der königlichen bayerischen orthopädischen Werkstätten, konstruierte Armprothesen für Ferdinand Sauerbruch. Bekannt durch die Erfindung der sogenannten Hüffner-Hand, eine aktive Greifhand. Franz Christoph Neubauer war ein deutscher Komponist und Violinist böhmischer Herkunft. Jakob von Röser, von 1823 bis 1862 Leipatz, der Fürsten zu Hohenlohe-Bartenstein im vorderen Orient Behandlung von Pestkranken, Reisebücher. Zahlreiche Auszeichnungen Martin Schwarz, Schweizer Künstler, arbeitet seit 1990 hauptsächlich in seinem Atelier im Schloss Bartenstein. Sabine Christmann, 1980 bis 1986 Kunststudium, wohnt und arbeitet in Bartenstein. Oliver Christmann, 1981 bis 1988 Kunststudium, wohnt und arbeitet in Bartenstein. Johannes zu Hohenlohe-Bartenstein war ein deutscher Offizier und Standesheld des Königreichs Württemberg. Johannes zu Hohenlohe-Bartenstein war einscheideln. Johannes Sieg, Vielen Dank.